Gold, Wein, OPPALLA! Mach Hammer, feist der Zun! Wackel, Gold, Wein, Heilung! So, den schmeißen wir da runter. Er ist halt leider abgesoffen. Da müssen wir mal rein. So, können wir mal wieder speichern? So, Knoblauch! Ah, pack weg! Oh! Und Tabak, was hast du jetzt Schönes gemacht? Hier, irgendwie mal kurz was abbauen, was ja gar nicht laut wäre. Mehl-Säcke! Karotten! Komm ich hier ums Arschlecken nicht hin! Zwei Glas und grüne Mädchenkleider. Der Tollschwert könnt ihr behalten. Jetzt nehme ich mit. Allah! So, was die... Anuade nacherzählen. Die wahre Barenzia, Band 1. Epp, schläft hier wer? Ne. Vorgänger der Dwema-Gesetze. Das geheimnisvolle Akavir. Verfasser unbekannt. Talos-Fehler. Die Ruin von Kemmel-Zee. Oh, da haben wir ja noch mehr. Die wahre Barenzia, Band 3. Die Wolfskönigin, Band 1. Geschichtlicher Überblick des Kaiserreichs, Band 4. Das Amulett der Könige. Die Wolfskönigin, Band 2. Und... Ein Kuss, liebste Mutter! Ja. Das dann nennen wir mit. Und noch ein Wein. Rot, Wein, Wein. Ich bringe die Seekarte der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft zu Delvin. Na, gucken wir mal. Rot. Und nochmal 11. Haben wir hier schon? So, dann speichern wir nochmal. Dann gehen wir da unten rein. Ich hoffe, das mit Lydia gerade ist nur hier herinnen. Hä? Okay. Wie komme ich da rein? Ok, wie komme ich da rein? Schnell speichern. Neuer Speicherstand. Und Libos, vielen Dank für deinen Hust. Stelle Gullum-Ei zur Rede. Warum, glaube ich, wir müssen ihn gleich töten, oder? Feichern, der beste Freund des Gamers, ja. Ich trage jetzt bald ein Messer im Stiefel. Hab es satt, immer entwaffnet zu werden. Verlogene kleine Hure. Das Bike ist nicht von mir. Könnte von jedem sein. Kriegt nicht einen rostigen Septim von mir. Na, der redet aber schlecht über seine Verflossenen. Obbala! Obbala! Schönen doch! Hier drüben! Bei den Köttern! Nein! Ist das alles, was ihr könnt? Sieh mal, es bringt einen Rödenum! Ihr werdet nicht die Oben! Sooo, die Künste Palden, die Aue, die triecht Gold. Ich bringe euch unter die Erde. Ja, dann geh nicht aus deinem Feuerstrahl raus! So, wo ist er denn? Müssen wir doch vorher looten, Lydia. Den kann es palken. Hier nehmen wir mit. Gold nehmen wir mit. So, mal hier unten irgendwas. Boah, da ist so eine Pfütze hier unten. Da siehst man gar nichts. Wer taucht da hinten noch? Oh ja, Lydia ist ihm ja auch immer in den Fallschuss gerannt. Hallö, Lydia. So, hier ist auf einmal kein Clown mehr. Ah, der ist leer. Sag mal, Lieber, was ist das mit dir auch so, dass dein Blutfinger schneller ist, als du lesen tust? Obwohl da leer steht, guckst du ja trotzdem rein. Oder bin nur ich so, äh, bläht. Und der da hinten drin? Ist da jemand? Hier drüben! Was? Oh, ja! Ja, Lydia, renn halt voll rein. Ich stehe auf unserer Seite! Hey, passt ein bisschen an! Ist das schon alles? Ah! Ja, genau! Äh, Gold, Nordmade. Dietrich, Gold. Oh ja, das passiert mir am häufigsten bei Sea of Thieves. Spoiler! Jetzt wissen wir alle, welche Spiel, äh, Libos spielt. Oh, da war ich wieder was. Oh! Daneben! Glaub ich, ich musste mal wieder was rein investieren, ne? Und Sushi auf Germany, Hallöchen! Alter! Das schreckt mich halt ein bisschen. Glaubt, die sind kaputt, hä? Äh, warte mal kurz durch. Ich muss mal kurz Mana tanken. Okay, Mana-Regeneration ist für den Arsch. Geringe mag ich an 9 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Ich wollte gerade sagen, da lebt ja doch gerade nur einer. Lüüüüüüü onlya! Dann mach ich halt so. Also Feuer ist ein bisschen, äh, ein bisschen, äh, ne? Bin halt so ein Hybrid-Ding. Was haben wir denn? Ich habe eine Abkürzung gefunden. Lydia? Okay, Mix-Abkürzung. Jetzt gehen wir da aber nochmal rein. Ob wir da irgendwas übersehen haben. Sehr leer. Nö. Hier gibt es nur das da. Okay. Und Sushi of Germany, wie geht es dir? Äh. 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 Wir sind verloren! Rückzug! Hier geht es gut! Ich habe heute tatsächlich Halsweh. Ich hoffe mal ich werde nicht krank. Das fände ich jetzt nämlich mega ungeil. Zwergenbogen 25! Toppenarmschinen! Eisenpfeile! Ich bin erst mal neugierig... Mal hier irgendwas! Hä? Ich hoffe ihr seht alle noch was. Du warst zu schnell! Und hat Seelenfalle widerstanden! Wow! Man, das Horkafleisch! Das lassen wir mal liegen! Er hat der Hund wahrscheinlich schon dran knabbert! Ich muss sagen, der Typ war von Anfang an unsympathisch! Was war das? Oh nein! Gefällt euch das? Verdammt! Ich kann uns sterben! Alter! Es leid ihr zum sterben, bitte! Ich komme mit dem Romero! Romero! Aufstehen könntest du! Vielen Dank für den Raid! Alter! Treffe ich den jetzt mal! Nein! 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 Romero! Vielen Dank für den Raid! Und schon glatt! Du lebst ja auch noch! Hallöchen! Bum! Könnt' ich mal bitte nen Shoutout haben, Mods! Werde der gute Romero! Na, was habt ihr heute gespielt? Hast ihr wieder... Äh, gib's zu! Du hast wieder Minecraft Speedrun gesuchtet, oder? Und der Apfel! Salz! Bin immer noch da! Ach, jetzt geht's auf einmal wieder! Ich stehe zu eurer Verfügung! Dein Leid! Uh! So, wir müssen mal ganz kurz ein bisschen... Äh, was haben wir denn da? So, Büchern da rüber ist immer ein bisschen doof, ne? Aber... Können wir Eisen barren! Haben wir denn noch? Deine Mods machen wohl gerade Pause! Da, so sieht's aus! The Jumping Flame! Da dürft ihr gerne mal beim guten Romero reingucken! Er spielt sehr viel, äh... Minecraft, aber auch hier und da mal was anderes... Und... Jumping Flame ist auf dem Sprung! Zum Pokerabend! Uh! Lala! Wünsche euch einen wundervollen Abend mit Tigerle und bleib im Lörk! Alle klar, Romero! Dann viel, viel Spaß beim Pokern! Habe ich auch hier und da schon mal gemacht! Tatsächlich habe ich meistens verloren! Finde ich ein ganz schlechter Pokerer! So, Schaufel haben wir mal rüber! Mal ganz kurz nebenbei ein bisschen leerer machen uns! So, was habe ich denn da sonst noch? Geserad, zwei Kilo! Ach du Scheiße! Gauda, 0,2! Mehlsack, 0,5! Sind auch 5 Kilo! Äh, jetzt habe ich einen gefressen! Na egal! So! Dann mal los! Du schickst dein Poker doch bestimmt auch Lydia vor! Nein! Beim Poker nicht! Beim Pokern steht Lydia hinter den Gegnern! Und das Traurige daran ist- Ja! Lydia sagt mir was die anderen für Karten haben und ich verliere immer noch! Das bin ich beim Pokern! Lülülülülü Lydia! Na schon klar! Wie geht es dir? Und Pew wie geht es dir? Hier, gestern ja leider Xenoblade ausgefallen. Musste kurzfristig ein bisschen umdisponieren. Eventuell gibt es das Dienstag oder Mittwoch bei mir. Ich schlafe schon noch richtig, oder? Falls die Buter Zeit haben sollte. Rott, denn da ist nix drin. Haben wir. Voll dran, die kannst du beilten. Upsi, hier ist wohl wer. Lydia! Oh, Eirot, da mal dross. Ah, 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 ah. Junge! Alter, ich finde es halt lustig, dass ich auf ihn drauf zeige, aber... Dass er keinen Schaden kriegt. Dass das komische Kreuz nicht stimmt. Oh nein, wie schade, was wie schade. Hallo? Alter. Alter, Alter, Alter. Hey, gucke doch mal, noch einer. Wow. Und da hat das nach oben nicht mehr ausgereicht. Könnte besser sein. Okay. Bin nicht wieder ewig weit hinten, weil ich ewig nur gespeichert habe, ne? Alter, so weit? Fah! Was war das? Wow. Ich habe doch vorne gespeichert. Ich habe doch zwischendrin gespeichert, sag mal. Scheinbar nicht. Ich habe ich Glas zerbrechen. Ich habe schon gegen schlechterer Gegner als euch geklemmt. Läuft gerade überhaupt nicht. Könnte diesmal ja auch mein Kopfgeld bezahlen. Ich habe ihm doch gesagt, ich muss ein kleines Gold ausrunden. Aber hat er zugehört? Natürlich nicht. Immer müssen sie sich wehren. was ist denn an einem Krug hier und da so falsch? Oh! Falsche! Sind denn da Flammen? Sag mal! Da hat er etwas gehört. Jetzt dreist uns! Das ist alles, was ihr könnt! Da geht doch! Lydia, mach mal. Spitzhakke wollte ich nicht. Die krieg ich Gold. Lydia, mach doch schon. Ich looter derweil. So, den da. Und der ist schon wieder leer. Der da. Und Lydia nehmen wir mit. Was war das? Da haben wir schon festgestellt, da ist nix. Dann gehen wir wieder. Alter, falsch. Alter, steh doch mal auf. Lydia, kommst du mal? Oh, das war doch verkehrte. Da ist nix. Dann. Warte mal. Da können wir uns stehen. So, den haben wir schon mal. Du kommst mal her, hier. Ja, fast. Oh, was haben wir denn da? Äh, da ist nix. Ich kann euch nicht mehr sieben. die tricht gold da war doch noch was hallo du schickst den poker haben wir schon rüppchen was nix rüppchen so speicher so wenn wir gerade keine dinger haben dann nehmen wir so denn da war küsse so mag ich das so die töle lassen wir jetzt oma leben hä wo ist denn der lauch gold eisenpfeile so wie kommen wir schon da jetzt wieder raus schneebeeren bäm so haben wir die tricht gold eisenpfeilen jüdiger darf ich da heute nur raus die tricht die tricht jetzt bezahlt ihr Okay, wir müssen mal ganz kurz warten, bis Lydia wieder voll ist. Stahlpfeil Dietrich-Golden-Med. Äpfel, Äpfel und Salz. Ich glaube, die machen Salzäpfel hier, oder? Tomaten. So, Lydia, wie sieht's aus? Ein Heilungszauber? Seid ihr etwa Priester? Ja, jetzt schon. Oh, Lydia, ich glaube, wir müssen schon da lang, ne? Ich glaube, wir müssen da lang. Nein, hier müssen wir nicht schlagen. Das war hier, wo der Töle gewohnt hat. Oh, Lydia, geh doch mal. Komm her. So. Hier hat der Töle gewohnt. Wo müssen wir denn dann? Da müssen wir weiter. Das war daneben. Das war schon alles. Ich kann euch nicht besiegen. Da müsst ihr schon besser sein. So, der ist schon mal wo ich ein Geld wieder. Komm, weg mit dir. Chill, kannst du palten. Den auch Gold. Wolle Mannert, äh, Dietrich, Gold, Eisenpfalz, speichern. Lydia. Ein Heilungszauber? Seid ihr etwa Priester? Karotten. Ah, come on. Ich hab schon lange wieder losgelassen. Da haben wir ja den letzten Millimeter hier. Ah, geht doch. Panzerhandschuhe. Gold. Sauber dran. Das kann es bald. Ne, speichern. Die müssen mal reden, na. Oh, come on! Bäm! Der war schön, oder? Speichern. So, Jungen. Gehen wir erstmal looten. Haben wir uns verdient. Wir waren vorhin schon fast da, ne? Oh, hat er sich wieder verlieren lassen? Gold, Stahlplatte der Gesundheit. Damit sind wir überladen. Orkische Streitachse der Bindung. Orkischer Zweihänder des Entziehens. Und Stahldolz-Kömmer. Das ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Ich wollte Mersa alles erzählen. Aber, aber kein Grund, etwas Überstürztes zu tun. Hey! Das ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Ich wollte Mersa alles erzählen. Wirklich. Bitte. Er wird mich töten lassen. Sprech. Danach werde ich entscheiden. Okay.